Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Battlefleet Goffey Gamara 1 Immer noch mit dem Hyperium, ich glaub jetzt gibt's gar keine Ahnung, ihre Kampagne tatsächlich, aber egal Im Goffey Krieg, und ich hoffe mein, versteht mich ganz gut, und das Mikrofon und so weiter passt jetzt Das war ja hier und da in den letzten Folgen ein bisschen, hm Ich denke auch daran, dass irgendwie ein Headset ein bisschen verbogen ist, jedenfalls das Mikrofon Wo es dran ist, teilweise, nicht immer Aber naja, sollte es eigentlich passen, ich hab's gerade noch getestet, es kann nicht sein, dass es spontan jetzt sich wiederum entschieden hat Ich muss schon wieder verteidigen Ich kleff einfach nur ein paar Schiffe Ich mag Verteidigungen nicht Die sind blöd Die gehen schief Nein, die gehen nicht schief, aber doch, okay, doch, sie gehen schief So Alle mal Autofeuer An und auf weiteste Distanz gehen erstmal Und dann schauen wir mal Vielleicht kannst du eigentlich ballern Du kannst doch 6.000 dann ballern Das ist ein bisschen du für eine Scheiße, aber ich werde Wie weit kannst du denn ballern? Du kannst nur die Torte Jetzt geht doch, guck mal, der kann ballern Jetzt geht doch, guck mal, der kann ballern Gange Kurs An eurer commande Jetzt heißt es erstmal warten Deine Orte Wir wollen, dass sie auch mal zukommen Ship ready Engines hot Awaiting orders Brace for impact Ja, Admiral Ah, Dreck Reloading Enemies ship Sighted Stimmt, was macht die hier eigentlich drin? Deine Orte Sie waren mordsbehindert Orte geteilt Für die Emperor Guck mal, wir haben da was Ship ready Na, ich hoffe, ich treff damit was Awaiting orders Lolo-Kopper At your command Kurs plotted Setzing Kurs 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 Und Tschüss Enemies ship Sighted All ahead Bull Enemy ship Sighted Da hinten ist ein Bomber Da war Das ist super So ist es nicht geplant Wie geht's schlachtschiff Äh, zu viel Äh, toll Ähm Hat der wieder Seinen Scheiß Da angestellt Ich mag das nicht Ich kann nicht immer noch Rammen Du Arsch Geige Du kannst mir alles nehmen Aber nicht meinen Ram Modus Coorderns Acknowledge Course Plotted Target Locked in Activating Tactical Cogitators Yaaauuuu Cruising Speedset Activating Tactical Cogitators Cruising Speedset Burn Retros Awaiting Orders Cruising Speedset Activating Tactical Cogitators Resuming Normal Functions We are the Imperial Navy Your orders Moment, meine Firestorms sind noch da Was da passiert Okay, der ist aber nicht mehr lang da Wenn es so weiter geht Stehe ich mal zurück Kannst abhauen Okay, du kannst vielleicht auch nicht aufhauen Activating Tactical Cogitators Resuming Normal Functions Ähm, was macht der da We lost the defense platform Course plotted Ship ready Engines to maximum Wo ist denn der Rest von denen Ah da Das ist ja schon der Rest von denen Activating Tactical Cogitators At your command Cruising Speedset Changing Course Activating Tactical Cogitators Irgendwie ist das Unverlust Jetzt der Hände Was Irgendwie ist das unverlust Awaiting Orders Underway Resuming Normal Functions Helm Coordinates Acknowledged Activating Tactical Cogitators At your command Setting Course Activating Tactical Cogitators Resuming Normal Functions Your orders Activating Tactical Cogitators Ship ready Activating Activating Tactical Tactical Cogitators Orders Received Activating Tactical Cogitators Yes Admiral Reloading At your command Cogit Ja los Du holst Du holst Hinein Du holst Hinein Mach ihn Schrott Mach ihn schrott Setting Course Ship ready Your orders Helm Coordination Acknowledged Awaiting Orders Targeting Enemy Vessel Yes Admiral Underway So Ship ready Understood Kurs Plot Na ich will Den doch lieber Nicht himmel Auch wenn's Sehr spaßig Wäre Brace Impact Sonst kriegt Du nämlich Keine Erfahrung Was wieder Bisschen Schlecht Wäre At your command Ja viel Spaß Dabei die zu erreichen Ne Damage Teams Beginn Repair Jetzt Resuming Normal Functions Orders Received For the Emperor Ship Ready Engines Hot Understood Yes Admiral Initiate Emergency Repairs Engines To Maximum Setting Course Resuming Normal Functions Your orders Na verdammt Jetzt kann er die Unterumstunde noch Abschließen Das war in der Scheiß Okay Dann muss er Auf jeden Fall Hier lang Das Erlaub ich Nicht Erlaub ich Orders Cruising Speed Oh Oh Bitte 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 Flieg da rein Flieg da rein Flieg da rein Flieg da rein Yes Yes Admiral Resuming Normal Functions Nein 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 Gut Der Scheiß War mal um Haaresbreite So Ja Schwerer Schaden Aber Sammelt Erfahrung Schwerer Schaden The Eldar Prince Eldrathane Has an unusual Request Since you have Dealt with this Alien before We want you To handle The negotiation I accept The responsibility Sir I will speak With Eldrathane One thing Spire Be very careful How you deal With the Eldar They are An ancient Species And their words Hold many Twisted meanings Spire My fleet Has suffered Heavy losses In battle Against Abaddon's Forces There are Certain artifacts Left behind In the wreckage Spirit stones I need your help To search For these spirit stones From imperial territory You wouldn't Ask me for help If this wasn't Important Eldrathane Very well I will help you On two conditions First you must Notify us Of your fleet's Location Every day You remain In the Imperium Second I must Have your assurance That you will Co-operate with us To fight off The chaos incursion Threatening the Gothic sector I have no choice But to agree To your terms I'll send you The location Of my fleet Immediately Your assistance In returning The spirit stones Seals the alliance Between our two Species A temporary Alliance Eldrathane Once we've Dealt with the Chaos invasion Of the Gothic sector Your people Will no longer Be welcome Within the Imperium's Borders Es ist ein bisschen Harsch Und auch ein bisschen Blöd Aber okay Was der nicht ist Kann ja noch werden Haben wir keine Priorisierte Mission Darüber oder so Nicht? Oh Gott Ein Durchbruch Oh Gott Kotzen Bitte Sag mal Woher kriechen die Jetzt eigentlich Hier Hallo Hallo Ja dann halt nicht Bleiben Ah ja Oh Gott Was war das nochmal Strahlung Schlagschiff Nächste Wrums Und Tiefwrums Und Bis jetzt Ja immer gut Funktioniert Bin jetzt auch wieder So Schlagschiff So Schlagschiff Moichenmord Oh Gott Verteidigen sie ihr Schlagschiff Ich hatte so Willen nicht Ich finde alle Missionen Scheiß Heul 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 Ja Das ist echt rumheulen Die sind halt schwer Das ist eigentlich Ziemlich gut Aber das ist halt So ein bisschen Sehr frustrierend Irgendwann Ich fände die nämlich Wirklich ungern Deswegen lai ich halt immer Oh lol Die sind aber schon da So lange bis es halt Funktioniert Okay Alle Mann Ab jetzt Ach stimmt Der konnte ich immer noch nicht Höh Dürfen nicht Scorchschiffe sein Aber egal Halt Stop Das ist kein Scorchschiff Resumming normal Function Cheeeeee Enemy ship Sighted Cruising speed Sighted Enemy ship Trippled By the lightning Strike Enemy ship Sighted Lock On target Engines Hot Nochmal Lolo Copter Achso Der ist schon Gehimmelt Okay Resuming Normal Functions For the Emperor Resuming Normal Functions Awaiting Orders Das ist eigentlich die falsche Richtung Aber okay Okay Command Changing Course Resuming normal Funktion Course Plot Target Locked In God God Die Eltern Nervig Ship Ready Activating tactical cogitators Resuming normal Functions Ship Ready Cruising Speed Set Your orders Oh Oh lol Das war schon Mit dem Ding Oh lol Das war schon mit dem Ding Resuming normal Funktion Ach doch Ich hab sogar noch betroffen Cruising Speed Set Yes Admiral So einmal Beidrehen Und Breitseite Bitte Your orders Resuming Normal Functions Engaging Activating tactical cogitators At your command Helm Coordinates So So Ich bin nebenbei Merkt übrigens Am schreiben Deswegen so Hier und da Mal kurze Pausen Das tut mir Ein bisschen Leid Ein bisschen Unprofession Aber Muss sein Weil es Spät ist Und ich Ansonsten Person Nicht mehr Erwische So Oh Gott Durchbruch Ich bin Verteidiger Das Macht es Natürlich Einfacher Will den Mal auch Auf stufe 6 Hoch Hier Ist ja Nervig So Ich glaube Ich spare Mal die Runenpunkte Oder Jawohl Ja Die Firestorms Halten es Eigentlich Mal ganz gut Aus Nehm ich Mal zwei Cobras Ich finde es Ja gut Dass an Diesen Seiten Da vorne Die Torpederober Sind Die Einfach Mal Blind Enden Hinten Woher Kommen Die Torpedos Entschuldigung Bei diesem Schiff Es war Gerade So Der Finger Am Kinn Der Denker Pose Der Darüber Geschrammt Hat Weiß gar nicht Woher die Kommen Ehrlich gesagt Ich weise die ganze Gruppe zu Und nutze die Nicht Obwohl Jedenfalls Meistens Nicht Aktivieren Tactical Cogitators Schiff Ready Das ging fix Your Orders Reloading Ja bitte Oh guck mal Hi Du auch Hier Lass Tops Acknowledged Activating Tactical Cogitators For the Emperor Initiate Emergency Repairs Underway Boarding Team To Probe The Enemy Engines To Maximum Probe Cruising Speed At your Command Course Plotted Resuming Normal Functions Admit Besuch Besuch Orders Entstanden You Orders Orders Activating Tactical Cogitators Ship Ready We are the Imperial Navy Yes Admir Micro Management For the Win Underway Oi Das ist Tatweh Okay, das war schlecht. Machen wir nicht noch mal. Da ist es schon wieder hin, ne? So ist es jetzt nicht. Okay, YOLO, für den ist es jetzt eh zu schwer. Der kann nicht mal abdrehen. Das ist immer so asozial. Macht aber halt hardcore Spass. Ohne. Resuming normal functions. Activating tactical cogitators. Understood. Ship ready. Resuming normal functions. Cruising speed set. Lock on target. das finde ich nicht gut die müssen nämlich nicht mehr so viele verteidigungsplattformen nicht zu zerstören das ist ein impakt setting course activating tactical cogitators orders received cruising speed set activating tactical cogitators resuming normal functions Entstanden! Target locked in! Your orders! Activating tactical cogitators! Engines hot! Activating tactical cogitators! Helm coordinates acknowledged! Changing course! At your command! Engines hot! Activating tactical cogitators! Changing course! Näh, das glaube ich ist daneben, aber egal. Wir sind zu früh! So, fliegt der jetzt hier rein, der Idiot? Okay, soll man recht sein. Activating tactical cogitators! Activating tactical cogitators! Deswegen fliegt der hier rein! Ich verstehe! Targeting enemy vessel! Execute high energy turn! Achso, jetzt rammt der ihn doch nicht, der Schlappe! Ja, gut, dann hat er nicht! Unterweg! Anwesendungen! 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 Normale Functions! Ähm, war es jetzt ein Sieg oder mich? Ah, es war ein Sieg. So. Aber hat ja funktioniert. Irgendwie. Ich finde es ja geil, dass die Space Marines anfällig gegenüber Lanzen sind. Aber eigentlich gegen das Chaos konzipiert sein sollten. Also, äh, gegen genau die, die Lanzen haben. Das ist dann immer so ein bisschen so kontraproduktiv. So, nochmal speichern und weiter im Text. Da wartet der Verbündete. Admiral Spire, es ist eine Erwärtssituation, die deine Unterstützung braucht. Der Eldar-Prinz Eldrethane hat uns auf einen imminenten Attack auf der Eldars-Webway-Gate in der Gothic-Sektor. Ich bin bereit, Herr Admiral. Display die Message. Ich würde gerne sehen, was dieser Eldar-Prinz findet so interessant. Admiral Spire, mein erstwahl-Ali. Eine massive Chaos-Warsch-Warsch-Warsch-Warsch-Warsch-Warsch-Warsch-Warsch-Warsch-Warsch-Warsch-Warsch. In fact, we have an important Eldar fleet currently on the way, but it will not arrive in time. Help me defend the Webway, human. It is in your best interest for more Eldar ships to prohibit Chaos Fleet movements in the future. Aid me now, and together we will change the course of the war. Admiral, we've committed all the assets we can to this war. Supplies are running low. I cannot justify dispatching an important warfleet of Imperial ships to defend a Xenos construction. Indeed, Lord Admiral. The Imperial Navy is stretched thin defending the Sector. Our citizens are starving. Our forces exhausted. However, an Eldar fleet fighting on our behalf would be an important tool to keep Abaddon's Black Crusade off balance. You make a compelling point. Since you have maintained good relations with this Eldar Prince, I want you to lead your fleet to defend this Webway Gate. It will be done, Lord Admiral. I'll make sure that these unexpected allies become a thorn in Abaddon's side. With the aid of the Eldar, we can perhaps turn the tide in this war. So, Portemont. So, was haben wir denn hier? Wir haben einmal einen Crewpunkt. Endlich mal ist er auch Stufe 6. Und den kloppen wir dann, glaube ich, tatsächlich mal auf die Matrosen mal. Damit die ein bisschen besser werden. Und dann haben wir noch das da. Noch ein Teleportarium. Lanzen. Torbewerfnung. Panzerbrechende Munition finde ich eigentlich auch witzig. Zielerfassungsmatrix. Wie, kannst du jetzt nochmal ballern? Welcher bist du? Du kannst 15.000 ballern mit dem Lanzen, Tomo. Und du kannst 9.000 ballern mit der Makrobatterie. Hm. Das wäre vielleicht echt eine Idee wert. Das hier reinzukloppen. Gut, das will ich hier vor allem beim God of Wurms hier reinhauen. Genau, dazu bräuchte ich dann hier noch die Zielerfassungsmatrix. Bei dem Schlachtkreuzer hier. Ich bin mir nicht sicher. Ach, was soll's. Ja, damit. So, wir wollen hier auch Adaptus Mechanicus reinballern. Da sollten wir auch mittlerweile... Weißt du was? Also ich weiß jetzt nicht, wann und ob wir überhaupt noch was davon kriegen. 1.400. Nochmal hier sind wir 2.800. Das sollte eigentlich mittlerweile klappen. Scheiß drauf, Adaptus Mechanicus. Läuft. Einmal Upgrade-Slot und Fähigkeiten-Slot. Rein damit. The Adaptus Mechanicus is ready. So. Du kriegst natürlich noch eine Stasis-Bombe. Notkondensator. Ja. Schilds. Gurendisruptor. Naja. Sammeln. Naja. Deflector-Schnelltransfer. Naja. Aufwärmungsänder. Naja. Naja. Das wäre... Wie gesagt, das wäre okay, aber Stasis-Bomben sind witzig. Wir bomben hier alles durch die Gegend. Das funktioniert hervorragend. Man soll's nicht denken. Rumpf-Hochleistungs-Ramme. Ha. Wait. Das ist natürlich geil. Ja, was wollte ich bei dir noch reinkloppen. Die haben schon eine Reichweite von 12.000. Aber ich habe noch die Zieler-Fassungs-Matrix nicht drin. Das heißt, die kommt jetzt auch mal mit rein, damit die imperiale Präzision besser ist. Wesentlich besser. Sieht aber geil aus eigentlich. Cool. So, dann haben wir hier nochmal den God of Rums. Du kriegst auch eins vom Adeptus Mechanicus reingeballert. Obwohl er weich hat, habe ich überlegen, ne. Ob ich da nicht tatsächlich hier was vom Adeptus Astartes reinkloppe. Wegen dem hier. Aber das sind die Schlachtkreuzer. Also da brauche ich eigentlich mehr Bomben und Zeug. Bomben und Zeug. Adeptus Mechanicus ist bereit. Der Adeptus Mechanicus ist bereit. Adeptus Mechanicus, danke. So, du kriegst einmal durch die Gegend springen. Dann hätten wir noch den Rumpf. Zusätzliche Türme. Teleportarium nochmal. Panzerbrechende Munition wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Du hast die Reichweite nochmal. Dann kriegst du ja auch nochmal Zieler-Fassungs-Matrix. Dominator-Symphorums. Hier haben wir da schon mal einen von Adeptus Astartes. Von dem zusätzlichen Teleportarium. So, noch einen. Der ist jetzt auf Stufe 5. Warum ist er nur auf Stufe 5? Ist die Frage. Du kriegst nochmal einen Meisterschützen. Oh, ich habe keine Ruhe mehr. Wie ist das passiert? Stimmt, die Upgrades. So ist das passiert. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da noch irgendwie mehr Zeug kriegen. Aber wenn dann, mein Gott, haben wir das jetzt gemacht. Das ist ja scheißegal. Das heißt, wir sehen uns dann bei der nächsten Schlacht. Bei der nächsten Runde. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Durchhalten in diesem Krieg.